Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ähm, ne, und wir spielen jetzt mal FIFA-Hitzen, die Demo. Aber PS3, wir nehmen natürlich Bayern, ne? Ist doch logisch. Ja, schön, schön für dich, ja. Genau. Es wird ja immer wieder Zeit, wieder ein Video aufzunehmen, ne? Genau. Und, ja. Dann spielen wir jetzt mal, ne? Mhm. Mhm. Das weiß ich doch schon alles. Oh, der ging zu hoch. Der ging zu hoch. Mhm. Guck mal die Flasche da an. Lustig, ne? Genau. Und dann hab ich noch mal ne Frage an euch. Die, die PS3-Spiele, ne? Und, ja, ähm, die können mir auch mal sagen, ob man das kann. Also, ähm, hier, der Minecraft-Spiel, ne? Der weiß das bestimmt, ähm, wie man hier eine Welt, ähm, zum Download, äh, macht auf der PS3. Okay, ob das geht. Frage. Und das könnt ihr alles mal in den Kommentare schreiben und auch mal sch-, auch mal schreiben, wie man das macht. Also, wie man die zum, ne? Dann kommt jetzt auch bald ein Projekt. Ich weiß auch noch nicht, was für ein Projekt. Also, auf jeden Fall von Minecraft. Ja? Könnt ihr auch mal in den Kommentare schreiben, was ich für ein Projekt machen soll. Also, die zwei Sachen. Ne? Genau. Weil ich hab auch ne PS4 und, ja, oder ob man das nur auf der PS4 machen kann. Das will ich ja gerade fragen. Und, ne, immer schön abonnieren, ne? Und ab 20 Abonnenten kommt noch ein Live-Film. Ab 20, wenn ich die 20 erreicht hab. Ja. Aber abends bestimmt. Wenn er nicht gerade schuld ist, ne? Genau. Und, hat er wegen Tor geschossen? Habt ihr das Gefühl? Cool, ne? Ja. Wieso? Was ist denn jetzt los? Ich hoffe mal, ihr könnt alles gut sehen. Und, wenn nicht, dann müsst ihr noch mal sagen. Und, wenn nicht, dann müsst ihr noch mal sagen. Wenn er das Video anguckt, halt, ne? Wenn er möchte, halt, ne? Er ist nicht dazu gezwungen. Oh. Fast das zweite, aber es ist schwieriger als das FIFA 15. Also, ich finde das real, ey. Also, ne? Besser. Auch wenn es schwierig ist, Tor zu schießen. Chus! Wir wollen schwer niac받ーンen. Um, j¿... Hoppen! Ja! 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 Zweite Tor! Guck dir die das mal an! Hmm, Cool, ne? Ich bin noch müde, schon, ja, mal gucken, ob wir noch einen tauschen, ja, 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 jetzt geht's richtig gut. Und halt ein Däumchen da lassen, ne? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Scheinteste. Was war jetzt? Oh, abseits. Rot? Oh, die sind fies, ne? Ja. Hennig auch. Ja, eins. Oh, ja. Auf jeden Fall, also was ich da mache im Projekt, das ist irgendwie mit Minis Games und so. Halt. Jetzt haben wir einen drauf. Na ja, macht ja nix. Macht ja nix, macht ja nix. Also, ich würde hier noch auf jeden Fall変er. Okay. Oh. 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 dann, ne? jaaa ich hab ein Dorgeflösen dann kommt irgendwann auch wieder Minecraft Filiers, ne? und LS halt, ne? das könnt ihr auch euch herunterladen, die Demo, ne? wenn der PS3 hat, der ja es macht auf jeden Fall Spaß kann ich nur sagen und jetzt kommen auch mehr, mehr Videos oder? Vielen Dank. So, und, und, oh, das wäre doch noch eine gute Chance. Wenn ihr schnell seid, dann kann ich... Äh, vielleicht nächste Woche schon das Projekt anfangen. Genau, also das möchte ich gerne, also, was man dazu braucht und, ja, PC weiß ich, ne? Und ob man dann auch eine Entpackungs-App haben muss. Zählt das? Cool, das zählt sogar. So gut war ich ja noch nie. Ich könnte auch noch mal bei einem reingucken, hier. Der heißt, äh, warte, den Namen schreibe ich noch in der Videobeschreibung. Und den Link auch. Ja, den könnt ihr auch ändern. Ich glaube, der will nicht so viele Freunde haben. Ja. Und auch abonnieren halt, ne? Und... Aber mich auch, ne? Wenn ihr noch mehr wissen wollt. Also, ich, ne? Mhm. Gut. Dann war's das schon bei dieser Folge. Und... Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.